Hi Freunde, da ist wieder die Pop-Bau-Nachrichten in Hüttengauli und wir singen und wir lachen über die Bauchreise, gehen nach oben, ja, 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 die Bauchreise, gehen nach oben und es ist hier. Wir sind die Bau-Löwen, wir haben's jetzt im Griff, wir isolieren das Dach, dekorieren die Wand mit Isolierung und dann haben wir noch die Decke und den Boden hier. Wir tanzen und wir lachen über die dicken Autos, die haben wirklich ein Problem, denn die Grünen und die Parteien kassieren ab, eh, extrem, ja, 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 da sind die Pop-Bau-Nachrichten hier. Und ihr müsst richtig, richtig isolieren hier, weil die Klimakrise wird nach oben gehoben hier. Ich hab viel gelesen über Wirtschaftung im Diplom-Immobilien-Wirt. Ich sag euch eins, es geht nach oben und wird nicht mehr billiger hier, denn die Sprichreise gehen nach oben und die Halbkosten eben auch hier. Klar steigen die Immobilien, aber das ist ne Blase hier, die schnappt noch wirklich mal zu und alles wird teurer genug. Und die Inflationsraten, die sind wirklich hier über drei Prozent. Wir haben wirklich, wirklich alles hier im Griff, weil wir machen alles so mit unserer Musik hier. Wir teilen euch mit. Wir haben wirklich, wirklich alles hier im Griff, weil wir haben eine Gauri und wir tanzen, wir tanzen. Gruß an die Prinzessin, ja, an die Baufrau Prinzessin und wir danken für das Pfeffer hier. Jawohl, dankeschön.